ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu sims city 4 und genau liebe leute wir waren beim letzten mal glaube ich hier und haben diese stadt weiter aufgebaut und da würde ich vorschlagen springen wir einfach wieder rein mit meinen ohrjugend und wir können hier denke ich mal weiter aufbauen ja so so sieht es aus ich habe mich auf ein kleines problem hingewiesen und zwar der ja tatsächlich schaut euch das an wir haben ein müllproblem ein extremes problem ja ich hätte eigentlich auch selber drauf kommen können aber wir ja was soll ich dazu sagen im eifer des gefechtes vergisst man halt manchmal so sachen und das ist halt ja jetzt bisschen scheiße gelaufen aber aber na gut wir machen und dann sollten wir es gleich auch sehen wie sich das gewerbe hier unserer neuen vor ort wie es gewerbe sprießen wird genau okay also dass das spiel abstürzt damit hätte ich jetzt tatsächlich null gerechnet dafür bei pc aber okay so wir schauen mal wieder will jetzt sich verabschiedet extrem viel gut dass ich das also dass sie haben es uns gesagt es ist halt ich habe die meldungen halt ignoriert ja was soll ich dazu sagen es ist halt die meldung die nerven hat teilweise auch nur aber wie gesagt warten wir jetzt einfach mal ab bis sich der müll schritt für schritt verabschiedet dafür zum export dauert halt länger ist klar fettes problem hier so als würde ich weniger oder wartet mal ja ganz langsam und ihr seht da kommt schon wieder neue gewerbe jobs also so ganz langsam ganz langsam freude schaut euch das an ja langsam aber sicher sinkt der müll und wir warten einfach mal wirklich sagen weil schaut euch das an da kommen die neuen büros sehr schön und ihr wollt ihr habt ihr mir gesagt ihr würdet gerne die häuser aus der nähe sie ja hier die dreideckein punkts wohnung haben wir hier ist schon relativ schick aus muss ich sagen auch diese pension gemütlich ja tatsächlich auch krass doch hier ans appartens sehr sehr nice das hermannshaus haben wir hier kleine eigens ohne da hätten sie sich ruhig den namen einfallen lassen können ich finde ja also das ist der kleinstadt stil hier bei sims 4 die vernonvilla das sommergebäude schon nicht verkehrt mannigen eignungswohnungen sieht alles sehr schick aus tatsächlich es sind halt kleine gebäude und ja dann würde ich sagen wir gleich mal weiter jawohl seht ihr dass der müll ist weg der will ist weg und genau da kommt es schon wieder die gebäude wir brauchen schon wieder wasser ja ganz klar der müll war das problem freude ist tut mir leid dass ich das nicht so dass ich das nicht direkt gesehen habe aber wobei ja es dauert es dauert halt einfach und je mehr gewerbe wir halt hier haben also nachfrage beziehungsweise jobs jobs desto mehr wird auch in der hauptstadt nachgefragt weil wir haben wir hier die nachfrage nach sag schon nach reichen büros haben wir ja hier gedämpft sag ich mal gedämpft genau damit wir hier auch stopp ich brauche wieder die großen gebäude ich so wir machen es mal so machen wir das mal so und ja da kommst da kommst du ach ja die waren wasser jawohl wir brauchen wasser und ja dann würde ich vorschlagen machen wir einfach mal weiter nach einer richtig folge von silent hill wieder wieder schön entspannen wir zum city 4 ja ich meine das brauche ich auch das ist schon echt übel was das angeht aber gut ist ein anderes thema ich möchte hier nicht über seite entspricht ich weiß nicht wie sie die vier bleiben so ich verbinden das einmal unterbauen euch den ein oder anderen park hier hin sagt und sagt genau örtliches krankenhaus blank okay das heißt müssen den gesundheitswert hochschauen kann man sowieso mal ein bisschen was tun so genau und jawohl jetzt heißt dann aber jawohl hey schaut euch das an wir kriegen richtig schön schön viele neue einwohner lehrer drohnen mit streik ja okay ich gucke aber auch mal gerade auf wir ganz kurz stadt erweitern haben wir haben wir haben in friedhof und bringer nachfrage ja okay dann das mache ich euch mal weg der müll bereinigt sich ja auch so teilweise beziehungsweise ja doch er bereitet sich ist es halt viele entstanden im gewerbegebiet man schafft dann die mülle export ähm ähm moment nicht dass wir hier wieder ein müllproblem kriegen ich glaube wir müssen hier noch mal was tun äh müll in die hauptstadt exportieren wollen wir ja auch nicht weil ich glaube dass wir hier unsere kapazität erreicht haben ja schaut euch das an wir haben unsere kapazität erreicht das heißt wir brauchen neue müllkraftwerke ja bauen wir das ist kein thema ähm zack 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 so und dann nachgeschäftshandel schnell 600 okay so wunderbar sehr schön gut heißt wir gucken noch mal die müllkurve ja geht noch runter sehr gut geht noch runter jawoll schaut euch das an es geht weiter runter puh das war knapp okay wir haben keine nachfrage mehr hier komischerweise ähm sehr merkwürdig aber jetzt brauchen wir halt hightech industrie eigentlich wollte ich die ja hier ähm vermeiden aber oh was ist das denn was ist ja hier passiert wer war das sieht aus wie kotze aber nein es ist tatsächlich äh so machen wir hier mal eine verbindung hin es ist tatsächlich nur schutt glaube ich da ist auch noch schutt was ist hier passiert verdammt nochmal das ist nicht geil das guck mal so deswegen ist hier auch keine hightech industrie entstanden ne wenn ihr euch das mal überlegt weil ähm ah weil halt der mühlberg so groß war so ähm gut dann bauen wir euch mal ihr baut euch schon so auf ohne dass wir irgendwas dazu tun ok ja wir haben wieder blackouts das heißt wir müssen wieder nachgeschäftshandel betreiben und energie kaufen so sehr schön ihr braucht gar keine bäume was wie braucht keine bäume oder parks das finde ich ja gut ne ja wobei doch eigentlich eigentlich braucht ihr parks kranker busfahrer ok jawoll das heißt die hightech industrie die sprießt auch die plakke wand verbindung kurva machen unsere hauptstadt das ist ja gut eigentlich ja wasser ihr habt eigentlich alles ne das heißt ihr könnt eigentlich den bäume trick machen und äh genau jawoll ähm sehr cool wie viel wird das ist gerade extrem wenig was so hightech jobs angeht aber ich glaube das liegt daran dass wir keine feuerwehr hier unten in dem bereich haben oder ja guck mal eine feuerwehr da unten und schon seht ihr das oh mein gott und schon ist alles gut es ist so krass wie sie einfach wie die einfach auch die feuerwehr bestehen so dann finde ich aber gut dass man hier keine keine parks aufbauen muss okay das ist interessant das ist echt sehr krass ja wir werden wieder blackout so mein gott mein gott wie viele kilowattstunden verbraucht ihr denn jetzt mal ehrlich so machen wir so schönes blutbahnnetz und wir machen einmal noch wasser handeln sieben so alles klar feuerwehr fehlt hier unten noch mal genau machen wir hin schon kommen sie das ist echt krass ja schaut euch das an also hightech industrie sprießt sprießt tatsächlich und jawoll dann haben die einwohner hier nämlich auch eine arbeit eine vernünftige au das wollte ich nicht das tut mir leid einfach ein betrieb abgerissen ja ich dachte das wäre eine freie fläche gewesen was haben wir jetzt hier großes bürgermeister blutus steuerbedingte schließung ach so ja ja okay das ist für die büros ist natürlich logisch dass wir da nachfragen generieren aber das ist halt für die hausstand so dann wollen wir mal weiter schauen also ich denke mal dass wir hier einfach weiter warum sind sie verlassen wegen nachfragen oder was ja geringe nachfrage ok machen wir die mal weg bevor vor sich der effekt wie ein domino effekt ausbreitet so auch unterbrechen für neue uni ja wir mal nach den städtischen noch mal in friedhof hier sehr schön beeindruckende bürgermeisterstatue eine bürgermeisterstatue die stellen wir hier rein ins wohngebiet so könnt ihr euch schön an meinem gesicht ergötzen hier quatsch da genau wunderbar noch eine hier noch eine statue machen wir hier hin und ja mal sagen und wir haben eine die universität fragen ist halt warum kommt jetzt am besten hin falls lohnt sich das überhaupt ja klar ja schaut euch das an oha okay okay die uni lohnt sich und wir müssen in die nachbarstadt weil wir müssen unsere energie kapazität ausbauen okay das heißt wir müssen eine boche ausspringen eine stunde noch ja ja ich muss vielleicht mal wieder auf die boche gucken wartet mal wir machen hier mal pause genau wir brauchen ja hier energie ne äh kraftwerke ja wir verdienen aber nicht genug das heißt wir müssen einfach kurz tieten ja es tut mir leid aber das ist halt hier so es ist halt nur die support statt ne und deswegen sehe ich das nicht so eng bla 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 so das muss jetzt noch reichen dann können wir nämlich schön energie exportieren äh nachbeschachtshandel das ist jetzt die frage ne ich glaube energie das hier war unsere ne ja genau das hier war unsere so genau wunderbar und äh gut dann können wir mal wieder in unseren vorort hier sollte es jetzt keine energiepolymen mehr geben ne sehr schön alles klar ähm dann warten wir mal dass sie sich hier neu aufbauen dass diese gebäude hier tatsächlich immer nur schwarz bleiben ist das ist ja komisch aber wow schau dich dieses wachstum an hohohoho richtig heftig weiter richtig heftig so wir brauchen dann mehr mehr bürger ja das ist natürlich eine maßnahme die ist schon ganz gut ähm dann machen wir das doch aber wir haben glaube ich noch eine Stadt Stadtgeschenk Country Club ja haben wir aber ja komm machen wir so genau für die reichen halt so ihr habt euren jetzt euren Country Club was kommt ein Urlaubshotel ja sehr gut können wir hier machen kein Problem nehmen wir hier mal ein bisschen zack 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 und natürlich ähm was darf nicht wählen modernes Forschungszentrum das konnte ich in meiner Hauptstadt gar nicht bauen das ist jetzt interessant das ist jetzt echt interessant und was ist jetzt hiermit wieder los nix okay das ist einfach so das ist echt interessant muss ich ganz ehrlich mal so sagen wow was liegt hier für ein Kampfjet rum also wirklich ähm ja dann machen wir das jetzt mal alles so genau ich finde das krass dass dieser Kampfjet jetzt auf einmal rumfliegt hört euch das an den Sound richtig krass noch nie gehabt noch nie gehabt in diesem Spiel wirklich also äh das ist wirklich krass ja nein 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 seid ihr noch im Dunstkreis der Bildung und der Gesund? ich glaube ja nicht Polizei so Feuerwehr habt ihr? ja Feuerwehr habt ihr? Krämpenhaus oh okay naja das haut rein natürlich klar aber ach guck ah guck mal was ist denn hier los? was ist das denn? ey was ist das? das ist dieses Forschungszentrum die machen da irgendwelche verrückten Sachen ja die machen da irgendwelche verrückten Sachen ja okay ich weiß nicht ob die Einwohner da natürlich äh gerne wohnen möchten aber aber das ist halt ja was soll man dazu sagen ist halt Platz in der Stadt und den muss man halt irgendwie nutzen ne das ist verrückt das ist verrückt das ist verrückt Leute das ist echt verrückt aber interessant auf jeden Fall ja habt ihr Wasserverbindung? dann Wasser okay ähm das heißt wir kriegen ja eine U-Bag und dann werde ich gleich tatsächlich wenn wir die Stadt hier ah schau dich die Einwohnernachfrage an sehr cool äh läuft würde ich sagen äh dann machen wir nochmal hier eine eine große Grundschule hin genau boah die Kosten ja ja die Kosten sind halt heftig ne für die Bildung aha und wir haben auch eine ja wir haben auch eine Privatschule wie ihr seht können wir auch mal aufbauen jawoll so und dann müssen wir so schnell wie möglich Steuereinnahmen generieren weil wie ihr wisst die Bildung kostet extrem viel und dies muss man einfach mit ja den Einzug von Steuerzahlern ausgleichen das heißt ich nutze jetzt allen möglichen Platz tatsächlich dafür ja das Forschungszentrum ist verrückt schaut euch mal an was die da machen Mensch die forschen an irgendwelchen keine Ahnung was das darstellen soll aber sieht richtig krass aus oh was ist das? ah ok ja perfekt ähm perfekt so das heißt sie hier oben seid ihr im Dunstkreis der Bilder und alle? na da oben müssen wir auch ok oh wasser 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 oh viel zu spät gesehen shit naja dann habe ich das Handlung Wasser so dann habt ihr wieder euer Wasser und ja dann würde ich vorschlagen hm ist jetzt doof tatsächlich wenn das mal so kommt wir machen neue Gebiete auch einfach da ja passt schon so so und ja dann freue ich mich dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SunCity 4 ähm wie es jetzt in unserem kleinen Vorort hier weiter geht und äh ja ich bin sehr optimistisch dass das jetzt auch einen positiven Effekt für unsere Hochzeit hat diese ganze Geschichte für unsere was? unsere Hochzeit? was laber ich denn davon? Mist für unsere Hauptstadt weide ich natürlich meine Güte ähm ich hoffe wie gesagt wie gesagt dass der Effekt ähm groß sein wird so gut dann machen wir mal weiter ähm weiter wieder mit neun Gebäuden mehr Steuerzahlern damit wir die äh Kosten wieder hier in den Griff kriegen so Bäume ihr braucht wahrscheinlich ihr wollt wahrscheinlich Bäume haben ne? oder was braucht ihr da noch? ja ja sieht so aus ok ja perfekt ähm wunderbar ähm dann haben wir jetzt noch mehr Nachfrage nach Hightech-Industrie ist klar aber ein Radiosender sehr schön der passt doch gut hier rein so der Radiosender genau der passt da super schön rein noch ne noch ne Privatschule ja nehmen wir auch nehmen wir auch gerne mit tatsächlich äh mal hier so hin so ganz genau ja gehen auf welches zur Schule da ok das ist gut hier auch ein paar oh shit oh shit oh shit oh shit sorry Leute ähm wir müssen eure Bildung wieder unterschrauben ganz ganz dringend ganz dringend shit shit ja sorry aber ist halt ja so ach puh puh das war knapp pfff oh verdammt ok Handel ist erstmal eingefroren aber ich wusste dass das passiert aber hey alles gut ähm wir müssen einfach hier nochmal ein paar Einrichtungen hin packen ja wobei ihr seid doch noch im Dunstkreis warum was ist mit euch habt ihr wieder ein Müllproblem oder was ist jetzt hier los ja ne ganz minimal eigentlich der Müll aber mal gucken ja ganz minimal also der Müll ist weg der Müll ist weg ähm jetzt tatsächlich die Frage was ihr wollt Bäume? ja Bäume ok alles klar wir wollen einfach Bäume haben alles klar kriegen wir ihn kriegen wir ihn heute ähm so ja perfekt ähm so wunderbar das heißt wir müssen hier oben ja ja eigentlich muss das doch so klappen ihr seid eigentlich in dem Dunstkreis von der Schule mit integriert deswegen also eigentlich muss das ausreichen komm das muss ausreichen ja jawohl jawohl alles klar dann machen wir hier wir rufen noch einmal Bushaltestelle und Kuban schließen da rein so perfekt passt wunderbar da rein ähm haben wir euch noch ein paar Parks hier hin auch geruscht auf Lama Mist ja die Mission mache ich tatsächlich dann ähm wenn wir mit unserer Hauptstadt durch sind dann mache ich mal ein paar Missionen für euch und mache mal ein bisschen so dieses dieses Spiel Element euch zu zeigen aber wie gesagt erst mal tatsächlich schauen dass wir hier vernünftig klarkommen so äh nochmal eine Schule ach guck doch guck mal an die Waldorfapart wenn es kommen wenn wenn wir mittlere Gebäude bauen ok das ist interessant es muss doch reichen ja es reicht doch guckt euch das an es reicht ok äh Rundschule bist du voll nein du bist nicht voll ok wunderbar ähm puh das war knapp ok ja wie lange haben wir eigentlich noch wenn ich mal auf die Uhr gucke zwei Minütchen ok ja zwei Minuten mein Handy ist fast leer so dann machen wir hier noch einmal ein Riesengebiet ein Riesengebiet ein neues so dann sollte das doch passen so 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 und so ich meine es genau machen euch noch eine vernünftige Verkehrsabgebiete bis da die Stelle muss bis da die Stelle muss Bahn U-Bahn U-Bahn so und dann gucken wir jetzt noch ähm ganz kurz zum Schluss ob sich das tatsächlich auf die Hauptstadt auswirkt ne dass dass wir jetzt hier eine schöne schöne Nebenstadt haben ähm ja mit schön vielen neuen Einwohnern für die Region genau das werde ich mir jetzt anschauen tatsächlich mach aber hier nochmal die haben wahrscheinlich kein Wasser mehr ne so ihr habt kein Wasser mehr daran nix ok ähm zack wunderbar ja da kommen sie doch da kommen sie doch schon ok ähm ja jawohl dann so schon viertel vor fünf meine Güte ich hab doch erst um ich hab schon um zwei angefangen das geht echt schnell also die Aufnahme auch die Aufnahmezeit im Papier wenn ich aufnehme geht die Zeit immer extrem schnell rum so alles klar das heißt wir können die Bildung Gesundheit ist voll Bildung genau kann man eigentlich wieder ein bisschen hochschrauben so ähm gut dann schauen wir doch mal in unserer Hauptstadt ob das tatsächlich was bringt und das ist nämlich unsere fette Hauptstadt wie ihr seht und ähm es bringt was wie ihr seht schaut euch das an wir haben Nachfrage generiert hier sehr schön das heißt wir warten hier einfach mal ein bisschen der personalen Ausblick warum ach weil ihr zu wenig Geld habt ja ok dann ist klar dann ist klar dann ist klar so ähm oh das ist irgendwie verlassen warum auch immer lange Pendelstrecke ja ok aber ihr seht's ne die Gebäude sprießen aus dem Boden und ihr könnt das mal miteinander verbinden so ah guck mal da klingelt schon meine Uhr das heißt wir müssen gleich Schluss machen aber mich würde noch der Verkehr interessieren mich würde noch der Verkehr interessieren mich würde noch der Verkehr interessieren in die Nachbarstadt mich würde noch der Verkehr interessieren in die Nachbarstadt ja nicht wirklich noch nicht wirklich viel noch nicht wirklich viel aber ähm ja so wir sind noch 15.000 in den Miesen das Problem müssen wir auch irgendwie in den Griff kriegen aber ihr seht's ne wir haben Nachfrage so ähm euch reiß ich mal ab weil ihr das Stadtbild ruiniert ganz einfach so ja schaut euch das an schaut euch das an da sind wir fast nur noch 11.000 minus nur noch ja was heißt hier nur noch ne so äh ja da entstehen jetzt wieder sehr viele reiche Gebiete das haben wir ja behoben so Löwen und Co machen ungefähr neuer Stadt wie okay interessant interessante Meldung auf jeden Fall so da sind wir jetzt nur noch 10.000 in den Miesen ja wie gesagt da müssen wir tatsächlich dann weiter anknüpfen in dem Fall gut Freunde dann würde ich sagen machen wir beim nächsten Mal tatsächlich in der in der Nebenstadt wieder weiter aber ihr seht's ne es wirkt sich tatsächlich sehr positiv auf die Nachfrage hier aus wenn man eine Nebenstadt aufbaut ok und ihr seht's ja die Bewohner sind wieder wieder top aber die Jobs nähern sich an ok liebe Freunde würde ich sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und dann lasst die Glocke Leuten äh würde ich mich sehr freuen dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal und wie es hier in dieser Kleinstadt weitergeht sind wir da beim nächsten Mal und ja dann würde ich sagen wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ja tschüss tschüss tschüss